Hier lokal, das ist nicht weg. Also hier ist tatsächlich eine Höhle. Okay, ich komme. Wodan? Ja. Siehst du, wo wir sind? Moment. Negativ. Du bist da bei unserer Basis? Genau an der Basis, ja. Da sind wir jetzt auch. Wieso sehe ich dich denn nicht? Naja, genau an der Basis. Ah, du musst dich binden an der Basis, Freund. Du musst an dieses grüne Ding da rangehen. Ein Ring sich zu knicht. Genau. Ins Dunkel zu bürden. Warum ist Jackie nicht live? Ich weiß nicht, warum Jackie nicht streamt. Ich kann das nicht sagen. Oh Gott. Was muss ich an den Strahl drücken? Hier, nicht am Strahl. Hier an dieser Maschine hier mit dem Radar drauf. Oh Gott. Geh da ran. Was ist passiert? Nein, das... Hast du hier gebeindet? Aber wieso sehe ich denn nur Jackie an dem Strahl? Ach nee, das ist das Ding, das ist der Strahl selber. Das ist mein Strahl, ja. Das ist dein Strahl? Das ist dein Strahl. Ja. Mittelstrahl. Du bist auch schon Level 5. Komm, wir gehen zu Level 4 Viechern, oder? Meinst du, bist die gefährliche? Komm mit. Ja, aber ich würde gerne auch mal das Zeug wiederfinden, weil da war richtig viel... Ja, aber du kennst doch die Richtung nicht. Das ist vielleicht wicher, wenn ihr das Zeug findet. Oh, hier in diesem Dungeon sind Level 10 Viecher drin. Ja, Jackie, du weißt doch, wo war denn der Wald? Der Lieder, nö. Ach, hier. Da war eine Abruhr... Das ist eine Stützstelle mit einer roten Kiste drin. Weißt du, in welche Richtung das war? Nein. Nee. Oh. Oh nein. Oh nein. Gut, aber du, Wodan, ich habe eine Idee, was wir machen können. Was denn? Du weißt es. Ey, der ist ja easy going. Ja, aber mach Spaß. Das gibt's doch nicht. Was ist denn los, Jack? Er ist gestorben, in dem Fall. Ja. Ich bin in dieser Höhle. Und zwar, ähm, das können wir machen, Wodan. Tanzen? Ja. Ach, weißt du was? Jetzt tanzt er auch mit. Geil. Zu dritt wird's richtig gut. Hinsturz, sagt Jack, dass er sich eine Waffe craften soll. Geht besser mit Level. Hatte ich vorher eigentlich. Wir müssen jetzt mal Maschinen bauen. Maschinen? Hast du noch Reste im Inventar? Ey, das ist wichtig, dass wir den Inventar wiederkriegen von E-Mail. Ich hab zwei Combat Knives. Hast du vielleicht ein stärkeres? Ich glaub, das eine ist nämlich Level 1. Was steht denn das? Ähm, wenn du Build machst. Äh, nee, Quatsch. Das war... Rooms? Nee, B nicht. I? Nee, K? Oh, die Musik mache ich fertig. Ja, die ist schwierig. Ähm. Guck mal, Weapons mit I. Ja, ja, da steht zwei Combat Knives, hab ich. Und vier Multitool. Ich hab drei. Sieben Multitool. Jetzt wahrscheinlich sind tot. Ey, Kumpel, komm rüber. Hier links, der schaut nur zu. Der ist ein bisschen schüchtern. Hier, Infected Crestgiver. Guck mal, die beiden. Jungs, kommt rüber. Wir können gemeinsam tanzen. Ja, komm, wir tanzen. Wo sind sie denn? Ach, da. Hinter dir. Jungs, kommt rüber. Kommt ans Feuer. Ist noch genügend da für euch. Musst du ein bisschen stunnen, kommen sie. Nee, bau ihr Hirn ab. Spielt ihr Starbound, wenn der neue Patch rauskommt? Ich habe auch gar keine Ahnung. Starbound war das pixelseitlich, gell? Boah, das würde ich mir gern mal wieder angucken, ja. Aber es kommt H1Z1 nächsten Freitag. Da wird eh erstmal schwierig werden. Weil Fleischhammer ist mehr so auf PvP. Und H1Z1 ist PvP. Und Fleischhammer wird bestimmt sehr viel Spaß haben, eine H1Z1. Das kann sein. Der muss nämlich Minyas durchziehen und beschützen. Jungs, jetzt sind sie nah dran. Hier, sie sind nah dran. Jungs, ihr wollt ihr tanzen? Aber ich habe ihnen gerade eine Schelle gegeben. Das ist zu dir gegangen. Achso. Das ist ein High Five. Ja, komm, jetzt sind wir alle. Komm, und wir tanzen. Ihr müsst mittanzen. Aber er kriegt dafür drei EPs. Das mache ich jetzt bis ich Level 6 bin. Bleib stehen, Bruder. Ach, das ist Minyas. Achso. Achso, dann gebe ich die ein. Warte. Tanz doch mit. Die Musik ist doch aus, Jungs. Mensch. Ich muss bauen. Bauen. Wir müssen Sachen machen. Das macht Spaß. Tanz jetzt mit. Los. Die Musik ist so leise. Ich höre doch nichts. Drück mal X. Ah, jetzt kommt die Musik. Tanzen ist der Sinn des Spiels. Dance-Simulator. Die Musik ist echt schwierig, wa? Daraus habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Okay, wir müssen jetzt kommen. Wir müssen jetzt Dings bauen. Wir gucken mal, ob wir die... Wir konnten nämlich gestern, konnten wir hier Armory. Das ist eine Armory, ne? Ja. Dann, was haben wir denn noch? Powered, ne. Ja, wir können ja nicht bauen, Digga, weil... Eine Factory. Er hat es doch verloren. Ja, und dann sammeln wir es neu. Ja, dann... Wir brauchen Ohr. Nee, erst mal tanzen. Hat jemand Ohr? Aber erst mal tanzen. Eben nicht, weil du hast getanzt. Ich hole mir nicht Dying Light. Nein. Dying Light ist, glaube ich, nicht mein Spiel. Los, Wodan, hau ab jetzt. Mach das, was du machen musst. Nein. Hat einer von euch beiden Ohr in der Tasche. Mach, Alter. Hau dich. Geh tanzen. Bam. Minhas. Komm her, du. Wodan ist gestorben und hat sein Ohr fallen lassen. Ja, aber hast du denn noch Ohr in der Tasche? Nein, Minhas. Auch ich bin gestorben und habe alles fallen lassen. Aber wir können... Aber weißt du was? Wir können ja tanzen. Vielleicht kriegen wir dadurch Ohr. Nein, wir holen jetzt. Zeig mal, wo die Höhle war. Wir gehen jetzt in die Höhle. Komm. Da kriegen wir nämlich ganz viele Ohren, so ein Kram. Also meine Höhle war eine Level 10-Höhle. Ich weiß nicht, ob das funktionieren wird. Wir sind... Dreimal sind Level 15-Simmer. Dann such mir jetzt eine, Mensch. Komm, ein bisschen Action, Wodan. Wodan, komm. Ich zeig dir, wo der Wald ist. Ich zeig dir, wo der Wald ist. Große Minhas. Uh, ich bin hinter euch. Ich zeig dir einen richtigen Ast. Ich folge euch. Zeig dir jetzt mal, wo es lang geht. Den Wald. Du, hältst die Schnauze. Jetzt kriegst du nämlich einen High-Five. Ist sie dich? Siehst du? Warte. Nacken. So. Eine Mutprobe. Ich glaube, irgendwas gekriegt. Äh. Matten. Irgendwann mit Ammo oder so. Mit Abu? Jetzt sehen wir den Strahl. Jetzt hat der Strahl noch... Doch, eine Stunde habe ich ihn eingestellt. Wir müssen mal gucken, dass wir noch Energie da reinhauen. In den Generator. So. Seid ihr bereit? Hier ist jetzt zum Beispiel der Wald. Der Tannenwald, Wodan. Ja, jetzt suchen wir bitte mal... Siehst du was? Eine Abbruchstelle. Eine Abbruchstelle? Äh, Absturz. Absturz. Sturz. Da ist eine Hülle, links. Ey, Jungs, links ist eine Hülle. Hier, links. Da bin ich drin. Ah, nee, das ist das... Nein, das ist das Dampferding. Das ist XP. Ja, aber die war auch so eine Hülle denn. Nee, die war weiter unten. Bei dem Dampferding. Das Barking-Slime. Ja, ja, das sieht schon hier verdächtig aus. Achso, wenn die 3, 2, 1 machen, dann... Ja. Dann ist es schwierig. Ah, jetzt weg, 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 weg. Hab ihn doch. Ja, sehr gut. Ja, aber da musst du auch was mit explodieren. Das war russisch und nett. Ja. Immer mitten in die Fresse rein. Oh, der ist super. Der kommt, der kommt, da rennt einer. Ja, auf mich. Warum auf mich, Mann? Oh, das ist aber ein fettes Vieh. Oh. Granate werfen? Granate. Oh. Oh, der hat mich... Der hat mich geschlagen. Wo dann kraft ich immer mal? Bleib mal einfach stehen. Soll ich mal stummen? Oh, jetzt hat er mich aber... Ich bin tot. H drücken. H wie ein Beklopter. H? Ja, helf. H? Ja, da kriegst du einen Helf. So einen Helfsschub. Information. Okay, wo seid ihr hin? Ihr seid da hoch. Aber da ist die Basis. Alter, was hält der denn aus? Ich hau nochmal Energie in den Generator, bevor der uns ausgeht. Wow, wow, wow. Ihr müsst gleich tot sein. Die machen die immer, wenn sie kurz vor dem Tod sind. Wir machen so lange, bis einer tot ist, ja. Nein, nee. Diese Drehen. Also... Quatsch. Oh, Alter. 150 XP, ja. Welche Richtung seid ihr hoch hin durch den Wald? Ein Torret. Ein Torrett? Ein Torret. Ach, Mist, verdammter Schuss. Ist aber schwierig, sich über sowas lustig zu machen in der Öffentlichkeit, Wodan. Ja, damit müssen sie klarkommen. Ich weiß nicht, wo ihr seid, aber ich versuche mal, den Wald wieder zu finden. Deck? Ja? Bleib doch mal in dem Wald. Ich muss das Leuchten sehen. Oh, hier. Ist er. Könnt ihr mal warten? Wir warten doch. Ich bin jetzt nicht weit weg. Seht ihr mein Licht? Ja, ist mein Licht. Oh, mein Inventar praktisch. Ah, ich sehe, ja, ich sehe dein Licht, ja. Aber ich sehe es nicht. Ist schon mal blöd. Das war doch weiter links, oder? Soweit sind wir noch gar nicht reingelaufen, meine ich. Boah, es war so dicht und der Wald ist so bunt und schwierig. Da, da, da kämpft jemand. Seid ihr bei meinem Licht? Kämpft ihr gerade? Ja, ja. Ich kämpfe noch. Perfekt, dann habe ich euch gefunden. Könnt ihr mal kurz tanzen, bitte? Ja, das können wir machen. Hey, Minja, ich freue mich voll, dich zu sehen. So, hab ich mal ein Kram wieder. So, wo ist Wodan? Kommt zurück. Eine Tanzschule. Der ist noch in der Tanzschule. Hier drin war jetzt eine Abschlussstelle, Wodan? Ja. Ja, ich bin Generator gehauen, mein Jot. Warte, 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 warte. Ich komme doch auf euch zu. Wo denn? Wir sind aber... Das Weeperjack bei dir zu Hause, oder? Schwierig. Wie deine Innenausstattung, ungefähr der Farbton. Arsch, arsch, schwierig. Arsch, arsch, schwierig. Hier ist eine Abschlussstelle. Irgendwo im Wald drin, ja. Was wird denn? Wie? Ich brauche jetzt mal eine Pinkelpause. Ja, dann stelle ich doch einfach hier in den Wald. Ja, dann lasst ihr mich sterben. Ich kenne das schon. Nein, wir beschützen dich. Na klar. Okay, ich stelle mich jetzt hier auf den Stein. Das ist vielleicht ein bisschen sicherer. So, ihr Lieben. Ich mache mich mal ganz kurz stumm. Moment. Nimm nicht das Headset mit. Nein. Mikrofon muted. Können wir ja so lange Holz abbauen, oder? Da könnten wir jetzt so ja noch ein bisschen Holz abbauen, ja. Kann irgendwie nicht jetzt. Ja. Auch diese Ding muss mal irgendwie aufgewertet werden, würde ich sagen. Ja, eben. Mit was? Mit diesem X-Faktor-Ding? Nee, du kannst den, äh, über die Armory kannst du den aufwerten, oder so. Oder den besseren craften. Ja. Ja. Hallo. Ja. Oh. Äh, äh, ähm. Komm zurück. Alter, gar kein Problem. Bart, in den Rücken rein. So mache ich das. Gar kein Problem. Hier drin hattest du eine Absturzstelle gefunden, sagst du? Ja, es kann natürlich auch ein anderer Wald sein. Ich weiß nicht, wie viele Biome gleich aussehen. Ja, müssen wir mal Bear Grylls-Style machen und uns auf den Berg stellen. Ja, da habe ich aber schon böse Erfahrungen gemacht. Ja, und wie er hinterherläuft. Wo-ah! Okay, H sagst du? Geht aber nicht immer. Nee, gerade nicht. Hat so ein Downgrade-Time. Cooldown, meinst du? Ja, Downgrade. Habe ich doch gemeint. Ich dachte, Minas hat eigentlich schon eine Gamerhose. Aber scheinbar nicht. Was? Eine Gamerhose. Eine Punika-Flasche nebendran stehen. Eine Punika-Flasche. Eine Punika-Flasche nebendran stehen, ja. Auch nicht schlecht. Oder wie Schnafnase, so ein... Ach, Quatsch. Ne, nein, nicht das, was du jetzt denkst. Er hat mir gedacht. Er haut immer den Witz raus, ja. In mein Alter brach er ja so'n... Ach, so'n Beutel. Nee, wie nennt man die Typen? Ich verstehe nicht. Wenn du jetzt nicht Bundeswehr gemacht hast, sondern... So, Entschuldigung, hat ein bisschen länger gedauert. Ich hab kein Bowser-Bildschirm generiert für das Spiel. Das ist nicht schlimm. Bin da. Ich glaube, die Leute konnten uns zugucken hier beim Killen. Wir haben hier ein oder andere Monster leider töten müssen. Wir hatten ein Standbild. Sind doch alle weggegangen, jetzt sehe ich gerade. Nur noch fünf da. Ja, wir haben auch sehr viel Scheiße gelabert. Ja. Ja, gut, aber das ist ja... Ja, wir sind ein bisschen abgedriftet. Wir waren dann bei... Ha, Katheter liegen und... Katheter, ja. So. Jetzt. Hier, Minyas. Hund für dich. Ja. Ja, ich komme. Ah, scheiße. Hast du schon getötet? Ja. Das ist aber Level 1 oder sowas, oder? Nein, das war ein Fünfer. Ja, verhoffentlich habe ich mir die Finger gewaschen. Hallo? Wo seid ihr jetzt? Hallo? Hier. Ach, wo dann? Wo ist Jack? Wo ist Jack? Nee, das ist Sparking Gambler. Ja, links von euch. Ja, holen wir uns den Hund noch? Komm. Oh, der ist aber groß. Ja. Seid Angst. Ah, der ist schon. Ah, wir haben ihn eingelegt. Ich werde alles getroffen, aber... Jetzt geht's. Ich nehme ein Stückchen Keule. Oh. Kann ich ja nicht richtig. Ah, jetzt. Jetzt sag mal. Oh, Mist. Ich piepe. Piep, 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 piep. Fast totally destructed. Wie kann man her? Minyas, du machen her. Nee, das geht nicht. Ich habe keine Heilkits. Okay. Ich gucke jetzt kurz mal bei den Stims. Nee, Invisible Stim habe ich. Könnte ich mal auf den Hotbar legen. Mache ich mal hier auf die Sechs. So. Oh. Fleisch nochmal. Dreh dich mal um. Ich bin hinter dir. Ich bin vor dir. Ja, ihr seht. Kann ich trotzdem schlagen. Können wir eine Runde tanzen, bitte? Ich habe keine Energie. Willst du uns alle eingeben? Tanzen? Nein. Nein, wir wollen jetzt nicht tanzen. Hinschus zockt, soll ich mir Blockenload Fully Edition kaufen? Das kann ich nicht sagen. Ich werde es mir nicht kaufen. Na gut, tanzen wir. Aber du tanzt jetzt nicht. Jetzt. Aber das bringt uns ja nichts, weil... Ohne Feuer, ne? Macht das gar keinen Sinn, euer Spiel. Nein. Jetzt, los geht's. Jackie, komm, ich brauche Energie. Ernsthaft. Das ist kein Witz. Aber wenn ich jetzt eine halbe Stunde tanze hier... Nein, zu dritt geht das sehr schnell. Ich muss mal den Multi-Twitch anpassen. Okay, bin voll, danke. Hinschus, Valkyrie streamt auch Craft? Hättest du den doch... Den habe ich eingeladen. Da ist er doch. Der kommt doch jetzt. Der kommt doch jetzt runter. Ich muss jetzt nur den Multi-Twitch anpassen. Ich muss aber erst mal Energie aufladen. Der ist gleich dabei. Oh Gott. Der Multi kommt gleich. Bloß nichts abgucken hiervon. Kann ich tappen? Tappen geht, oder? Der lädt auch so auf. Tanze ich noch weiter bei euch? Ever crying? Jetzt mache ich mal... Passt noch kurz den Multi-Twitch an. Jetzt macht es ja Sinn. Jetzt ist ja jemand dabei, der auch mit streamt. Ja, allerdings nach wie vor leider nur an 480p. Eigentlich wollte ich ja nicht streamen, bevor ich nicht VDSL habe. Aber hey, wenn ich schon mal hier bin und da eh reingucke, dann... Genau. Außerdem sind wir zu mehren. Das ist ja ein Multiplayer-Spiel. Ja, genau. Valkway TV. Bin noch am Laden. Populating World. Edit Command. So ihr Lieben, jetzt könnt ihr Multi-Twitch eingeben und dann seht ihr auch den Kanal von Valkway. Und ihr kriegt gleich... Wo, da, ich brauche deine Hilfe. Ja... Toll, es tanzt keiner mit mir. Cover me. Wir müssen Valkway abholen unten an der Basis. Ah, hier ist doch noch ein Ohr. Hier liegt noch ein Ohr. Liegt noch ein Ohr? Ja, hier liegt ein Ohr. Oh, Nase. Was hast du denn mit den Kasten gemacht? Richtig was. Der arme Kasten, ey. Habt ihr das gesehen? Einen Power-Fans haben wir gekriegt. Oh, da liegt ein Ohr. Oh, ein Ohr. Oh, ist weg. Schauen wir von Valkway unten ab. Mädels. Und dann gehen wir... Dann können wir tanzen. Dann können wir zu viert tanzen. Dann wird es noch viel besser tanzen. Ja, wir gehen in die Höhle, auf jeden Fall. Ja, siehst du. Wir gehen direkt in die Level-10-Höhle. Du willst nur tanzen, ich spiel nicht mehr mit dir. Ich möchte dann noch gerne einen Dachgarten machen. Jede zweite Worte ist tanzen. Können wir nicht mal tanzen? Sing doch mal ein Lied dabei. Wie willst du denn auf die Musik singen? Ja, das ist eher so ein... Du musst dann... Tanzen ist zum Heil, ja. Ich fühle mich ja immer noch. Ja, das dauert. Das dauert sehr lange. Wir laufen gerade im Kreis, Jack. Nein, wir laufen nicht auf die Waren. Ich weiß, ich würde nicht so die Höhle. Kann ich ja jetzt eigentlich... Komm mal mit mir... Komm mal, komm mal, komm mal, komm mal hier lang. Komm mir nach... Ich hole Workroom ab. Ja, ich muss euch mal eben etwas leiser machen. Siehst du den da? Ich wollte sagen, wie er sich hier... Los, komm. Gucken wir nach dem Generator. Mal gucken. Ich glaube, das passt besser. Was zum Teufel ist mit denen denn? Der wurde ein bisschen hochgradiert. F8, wie komme ich denn hier? Das ist ja schon mal jetzt Diablo 3. Die Gegner werden hochgeskaliert, genau. Da oben kämpfen sie. Jack, ich bin gleich tot. Amalia, du kannst mich auch ärgern, wenn ich nicht alleine trete. Oh, ich komme automatisch bei euch raus. Oh, er hat mich weggetreten. Wo stehst du denn? Wir gehen tanzen. Ich will nicht tanzen. So, pass auf, Vercry. Jetzt gib mal Tab ein. Drück mal Tab, meine ich. Ja. Und dann gib mal einen Client. Ich bin tot. Scheiße. Hey, Vercry. Set. Genau, und dann Leerstelle dreimal die 6. Ey, du stehst, du fliegst. Ja, der fliegt. Das sind alle Cheater. Jetzt genau, sind wir friend. So, jetzt gehst du an diesen Radar hier ran. An dieses Linkstation. Und links dich hier. High five. Auch noch mehr High five. High five. Ja, Kuh. Ja, ja, das ist High five. Nein, das ist High five. Sieht nur aus wie Schlangen. Hier, hier, in die hier. Sieht nur aus wie Schlangen. Hier, wo ich stehe, mit dem Radar oben drauf. Und da links du dich mal. Koma-Schelle. Koma-Schelle. Klar, okay. Mit E und dann gibt's irgendwie Link. Uplink, Public, Upgrade, Not Enough. Achso, tanzen wir uns mal herstellen. Bind, bind. Ich hab nicht genug. Ach nee, ich brauch 8 Wood dafür. Okay, da kommen dann noch mal 8 Wood ab. Genau, boh mal 8 Wood. In-Schutz-Talk, kannst du vielleicht eine Folge? Ich war ja ganz kurz schon. Eine Folge auf Häsisch. Ich kann doch gar kein Häsisch. Du kannst kein Häsisch? Nee, richtig Platz sprengen kann ich nicht. Also nur wenn ich, ich muss mehr trinken. Warte mal. Nur wenn ich viel trinke, oder? Na ja, dann. Prost. Genau. Ich bin mir so aufgeregt, wenn ich Häsisch babbeln soll. Nein, 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 musst du in Windows machen. In Windows und dann... Ja, aber das sieht doch wie auf dem Stream aus, oder? Natürlich. Natürlich. Du überträgst ja deinen Windows-Sound. Deswegen musst du uns nicht leiser machen, weil das... Weißt du, also... Das, was du auf deinen Ohren hörst... ...nur im Verhältnis zum Spiel. Ja, bedingt. Im Let's Play, in Seven Days, hab ich da mal ein anderes Gefühl. Warum kann ich jetzt nicht... So, ich bin noch... So, wir warten auf den Workway. Ihr hört ihn laut grübeln. Jo, dann steig ein. Achso, ja, ich bin schon fast voll. Ich hab noch... Ein Drittel brauche ich ungefähr noch. Okay, wenn ich jetzt sterbe, tauche ich hier immer wieder auf, denke ich mir. Ja. Du kannst mit uns ans Feuer kommen und tanzen. Du kriegst da Energie, falls ihr fehlt. Mit X. Wo kommen die infizierten... X. Leute her? Push the button, Bellgrine. Ah, das ist ja schmissige Musik hier. Ja. Schmissig! So, haben wir getanzt. So. Dann gehen wir mal in den Dungeon. Komm, wir sind jetzt zu viert, Jackie. Das kriegen wir hin. Und zwar, das war hier hinten links, meine ich. Wo die sind, diesen Felsen mit dem Loch da oben. Ja, lass ihn doch erst mal Level 1 machen. Achso, stimmt. Der muss ja erst mal weg. Ja, dann muss man mal ein bisschen hier ein paar Leute töten. Komm, Bellgrine. Komm hier hoch zu den grünen Viechern. Dann kannst du dich ein bisschen aufskillen. Ja, ja. Mach ich mal eben. Aber ihr könnt schon... Schau mal, wie craftet man hier eigentlich was? Ich war nur ganz kurz mal auf einem fremden Server. Wie man was craftet mit B. Build. Ah, okay. Ich war nur 10 Minuten bisher im Spiel. Du müsstest Punkte legen. Achte mal bitte drauf. Sollen wir vielleicht jetzt PvP ausmachen? Level up habe ich schon. Sollen wir vielleicht PvP ausmachen? Okay. Ja, wenn wir friendly getagged sind, dann ist es doch nicht schlimm, oder? Doch. Echt? Ja, wir treffen uns doch trotzdem. Ja, wir treffen uns trotzdem. Ich kann PvP ausmachen. Aber könnte ich das vielleicht auch im Spiel machen? Ein Konsolenbefehl, oder? Weiß ich gar nicht. Ich weiß nicht, wie war denn der Befehl für PvP? Warte mal. Tab. Set. Ah, das war Set. Movie. Set. Cross hier. Set. Aber optisch sehr schön, muss ich sagen. Sehr bunt auch. So die Gesicht-Effekte und so, ne? Nee. PvP? Nee. Also es gibt es hier anscheinend nicht in-game. Ich könnte höchstens kurz stoppen, das Spiel. Und wir connecten aber nochmal. Die Phantastischen 4. Alter, ich habe keinen Pause-Bildschirm. Wo steckt ihr denn? Ein Radar gibt es nicht, ne? Nee. Ich habe euch auch verloren, aber ich werde euch schon wieder finden. Achso, ja. Ich sehe da hinten irgendjemanden randalieren. Achso, du bist bei mir hier. Da bin ich. Jack, wo war denn der Typ? Nee, nee, das war der Typ. Wo seid denn jetzt hin, Jacky? Ja, wir sind wieder zurück zu der Stelle, wo wir gerade stehen. Ach, Rodan, da bist du. Ja. Nee, rechts. Hier, oben in dem Wald drin. Nicht, dass er hier irgendwo draußen schon steht. Ja, und auf uns wartet. Wow. Wow. Hey, Rodan, hey, Jack. Mit einem Baumstamm in der rechten Hand. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich dachte mir, der ist Level 1. Der wird mir schon nichts tun, weißt du? Ja, die sind relativ stark. Habe ich gemerkt. Maus-Sensitivität einstellen, das wäre noch etwas, was... Ja, das ist noch nicht... Aber es kommt ja peu a peu alles dazu. Ich meine, das Server ist ja auch noch sehr... Ich habe, als ich gelesen habe damals von den Entwicklern... Oh, der Server ist dabei, wenn du es kaufst. Haben sie vorausgesetzt, dass du eine Bench-Datei erstellen kannst. Das ist ja für manch einen schon eine Herausforderung, von daher... So, guck mal, was ich hier so habe. Also, ich sehe nichts. Dann kommt doch mal zur Basis zurück. Wieso? Nein. Sind Sie dunkel, oder seid ihr in der Höhle? Jetzt nicht. Ihr sagt, macht doch irgendwas Unerschenkels hin im Wald. Oh, guck mal hier, Ohr. Oh, schon wieder ein Ohr? Ein Ohr. Crafting Amor. Minas, kommt das auf YouTube? Ja, das werde ich auf YouTube hochladen. Da, geradeaus. Check. Ja, sehr gut. Er wartet schon auf uns. Das ist ein anderer. Sag mal, Mädels, könnt ihr mich einmeilen, wo ihr hin seid? Da, wo wir gestorben sind. Ja, bei diesem Riesen, aber der ist jetzt irgendwie gestorben. Komm mit, wir gehen mal den Jungs hin. Ja, weil mich mal, wo ihr bei gestorben seid. Ja, wir gehen jetzt mal in ein hohes Gebiet. In diesen Wald, ja. Aber das Gebiet ist echt hoch für ihn. Ja, ich kann nicht... Ach, ich komme schon irgendwo hin. Wenn du in der Nähe bist, wenn du einfach in der Nähe bleibst, kriegst du auch die Punkte. Schlag mal einmal an, das Vieh. Einmal anschlagen. Komm her, Bruder. Nicht, das bin ich. Wenn er tot ist, nicht mehr schlagen. Ja, erst hin. Danke. Ja, ja. Den hat's gerissen. Oh, das ist Fleischhammer. Ja. Wo ist denn, wo die? Müsste Punkte bekommen haben, oder? Ah, da oben. Ja, Abstauberkill, ne? Ja. Oh, sorry. Nein, wenn's kaputt ist, musst du nicht nochmal schlagen. Ach, schlag, immer schlag. Ja, das ist... Weil können wir mich verletzen. Das ist Vorsatz. Ich hab so ein leichte... Nein, will ich gar nicht. Doch, doch. Nein, will ich schon gar nicht mit dem Messer. Dann warte ich, bis ich eine bessere Waffe habe. Ja, genau. Hier ist übrigens ein... Hier kannst du sammeln. Hier diesen... Den kannst du mal einsammeln. Komm, wir töten den mal schnell, dann kann ich mich heilen. Den, naja, warte. Edelsteine, okay. Du triffst den Baum, verdammt. Ja, ja, ich dachte. Boah, super. Da ist ein Stimpact, nein? Ja. Machen wir den da hinten? Das ist ein Stimpact. Ist das ein R? Oder ein G-Mis? Nee, das ist ein R. Also recht, das ist ein T, ja? Eigentlich müssen wir... Ja, ein paar XP fallen ab. Das ist gut. Oder hat unseren... Den einen Typen... Ihr spielt jetzt für euch alleine. Mann, 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 Mann. Nein, 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 nein. Oh, geh weg, geh, geh zurück, geh zurück, geh zurück. Aus dem Wald des Todes. Der hat dich ein bisschen zurückgedrückt. Okay. Ich treff ihn nicht, verdammt. Doch, du treffst ihn. Ja. Oh, das war nichts, Freund. Oh, du Holler. Der hat Freunde, der hat Freunde. Das war gut. Da oben sind sie. Nee, das sind auch Infekted Hunter. Heilen kann man, man kann sich... Drück mal H, wenn du so ein... Oh, Mist, warte mal. Das ist Level 5, das wird schwierig. Oh, ich bin tot. Wo denn? Wo seid ihr? Echt jetzt? Ja, oben am Waldrand. Scheiße, ja, ich sind los. Gleich wird wieder getanzt, genau. Bist du da? Au, verdammt, was war... What the fuck? Ja, das ist ein Level 5, der ist ein bisschen schwierig. Ich warte hier auf dich, dann nehme ich dich mit zu unserem Rucksack. Wo dann? Wo dann? Nicht in meine Richtung. Hast du noch so einen Held? Rucksack suchen kann ich ja schon aus anderen Spielen. Ja, das ist schwierig. Jetzt sind schon zwei. Ja. Hier oben muss das sein. Man sieht es normalerweise, wenn nichts dazwischen ist, siehst du das. Oh, 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 oh. Der leuchtet so ziemlich hell. Wie ist ein Tanz? Wir müssen tanzen. Scheiße, wir müssen echt tanzen. Da ist so ein Lekt. Also ich weiß eigentlich in welche Richtung, aber ich sehe dich nicht mehr gerade. Okay, warte, ich komme in die Richtung gelaufen. Ich komme zurück, Richtung Beacon. Achso, da wo das Licht ist, meinst du? Ja. Guck mal, ich strahle mal in den Himmel. Siehst du mich? Ja, okay. Wir waren doch aber weiter weg. Ich piepe. Wir waren doch aber viel weiter weg. Ich piepe. Irgendwas hat auf mich geschossen. Ah, wo dann ist auch der Sturm? Ja, da... Wir müssen mal tanzen. Wecker, wir müssen mal tanzen. Ich hasse es. Wir müssen wieder tanzen. Wieso müssen wir tanzen? Okay, so. Wo ist Feuer? Hier ist Feuer. Passt doch. Holz rein, Ed Wood, Ignite und X drücken bitte. Na gut, warum nicht? Das ist jetzt ein Scherz mit dem Tanzen, ne? Oder? Nee, du siehst doch. Du siehst doch, wie sich deine Energie aufbaut. Nein, das ist Sinn des Spiels. Tatsache. Sieh es auch. Okay. Schwierig. Ja. Zwei Tage noch. Du kannst allerdings auch Gegner töten, Velcrine. Dann kriegst du so Stimpacks, aber die droppen nur sehr selten, leider. Droppen Energie, ja.